Was geht ab, meine Besten? Euer Boy, Elmer Kubanito, erst mal wieder Backup startet. Ich hoffe, ihr geht es gut, ihr könnt es sehen, mal wieder hier am Bahnhof, Leute, auf jeden Fall wisst ihr Bescheid, ich muss eigentlich meinen Führerschein machen, ich muss ihn leider abgeben, aber auf jeden Fall, ihr könnt es im Titel lesen, heute geht es um ein Abonnentenduell, mal wieder, zwar auf dem Bayern, auf der einen Seite, Weezy, Lennart und die ganzen Jungs und auf der anderen Seite, Johannes Kechlem Paris, Leute, hat er mir geschrieben gehabt, und zwar geht es um die U15-deutsche, süddeutsche Meisterschaft, Leute, das heißt, der Gewinner, wo die Bayern waren, in ihrer Gruppe und der Gewinner aus der Stuttgarter Gruppe, Leute, sie wurden beide Erster und jetzt spielen sie um die süddeutsche Meisterschaften, ich bin gespannt, wer gewinnen wird, Leute, ob es VW Stuttgart wird oder Bayern München, und ja, Leute, checkt auf eure Finale ab, wisst Bescheid, wir haben jetzt neue Shirts, checkt das aus, unten verlinkt, und ja, ich würde sagen, fang an, lasst einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo, auf Ehre, und ich würde sagen, fang an mit dem Video, wir sehen uns jetzt in Stuttgart, Egal, ich bin dankbar, dass ich das machen kann, was ich machen kann, und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich ein bisschen später, wahrscheinlich in Stuttgart, oder vielleicht woanders, falls ich mir was für Trägen hole, oder so, ja, auf jeden Fall, danke für den Support, love you all, So, mir Hände, auf jeden Fall, ich bin gerade in Casro angekommen, Leute, leider hat der Zug mal wieder Deutsche Bahn, Les Grüß, der Zug hat leider verspäht, und das heißt, ich muss jetzt warten, um halb kommt ein Zug, den ich dann, ja, der mich nach Stuttgart nimmt, und Leute, da hinten sind gerade irgendwelche Fans. Ich weiß nicht, wahrscheinlich der Gegner von KSC, wahrscheinlich der Gegner von KSC, oder es ist jemand, der umsteigt, mal gucken, gegen wen spielt der in KSC heute? Shit! Ah, das ist Kaiserslautern, ach du Scheiße! Okay, Kaiserslautern, auf jeden Fall sehr, sehr verrückte Fans, heute spielt KSC gegen Kaiserslautern, ja, aber wir supporten heute die Jugend, du wirst Bescheid, Aber, Leute, schreibt mal gerne, Hashtag, Hashtag, Kaiserslautern, wenn ich mal ein Spiel von Kaiserslautern schauen gehen soll, ich glaube, die Stimmung ist sehr, 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 sehr krank, auf jeden Fall. So, auf jeden Fall, wir sind jetzt in Stuttgart angekommen, mir Hände, Leute, jetzt geht's rüber zu, äh, Waiblingen, Waiblingen, auf jeden Fall, holt mich da ein Abonnent ab, sehr, sehr, sehr Ehre, Luca, oder so heißt der, Luca, hat er, was nachkommen? Ja, Luca, auf jeden Fall, Leute, geht's rüber zu Luca, und, äh, da haben wir nochmal eine halbe Stunde, insgesamt der Trip bei fünf Stunden, äh, ja, ich mach's gerne, lasst einen Like da, und, ja, ich würd sagen, wir sehen uns jetzt gleich bei Luca, auf jeden Fall schönes, geiles Wetter hier, das sind auch wieder ein paar Stuttgarter Fans, ja, also, Leute, wir sehen uns jetzt dann bei Luca. So, noch nicht ganz bei Luca, da hinten ist nämlich die, äh, Mercedes-Benz Arena, Leute, Stuttgart, äh, spielt heute halt nicht zu Hause, sondern wir spielen auswärts, wird sehr, sehr wichtig, ähm, ja, ansonsten geht's in die zweite Liga, und, guck mal hier, auf jeden Fall einfach hier, Klassenfahrtsbus, einfach Klassenfahrtswein, ja, oder Mannschaftsbus, okay, Leute, ich würd sagen, wir sehen uns jetzt mit Luca, und, yes. Was geht ab, was geht ab, Leute, lasst den Abonnent, Ehre, Mann, haus Glück bei dir, Servus, ciao. Servus, alles gut, ey, Jungs, korrekt, vielen, vielen Dank fürs Holen, Digga, ich war in so einem, äh, Klassenfahrtbus, was ist denn hier los? Ja, hier ist bisschen komisch, okay, cool, ey, dann will ich sagen, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall, dann da, und, äh, yes, machen wir's. So, Männer, wie lange fahren wir jetzt? Halbe Stunde, ne? Eigentlich nicht. Ehre, Mann, ich küss dein Herz, Bro, nicht selbstverständlich, ja. So, ey, guten Morgen. Servus, grüß dich, hallo. Servus, alles gut. Ja, alles gut. Freut mich, freut mich. Ja, Marco, ich bin Marco. Alles gut. Wo, musst du hin? Ah, wo musst du hin? Ja, da drüben, Eingang und da, linke Kasse. Und dann, okay. Super, Dankeschön. Das ist der Bayern-Bus und wir haben es gerade vorgehabt, Leute, dass, äh, ja, schon sehr, sehr krass ist. Die Bayern, habe ich mich schon gefühlt, seit der UL, für zwölf jedes Mal, in K, ja, ist auf jeden Fall ein Statement. Cool, cool, cool. Und da hinten, der Bus. Vielen Dankeschön, Dankeschön, danke. Der Spieler wehnt sich gerade auf. Der Spieler wehnt sich gerade auf. Der Spieler wehnt sich gerade auf. Der andere Team vor. Der Brie. Halt die Null hinten, Junge. Wir sind angekommen, wie gesagt, da könnt ihr sehen, Weezy. Und da drüben, Lennart, yes. Werden wir sonst noch, kannst du mich noch erinnern? Ich glaube, Fahre. Nee, nicht Fahre. Aber ich habe seinen Namen vergessen. Ja, Richard auch. Wir hängen da drüben die Stuttgarter. Und im Tor, Johannes, Keschli, Paris, Leute. Geht ab, Männer, alles gut? Ja. Was sagt ihr, wer gewinnt? Bayern. Bayern? Wirklich? Ja. Obwohl ihr so noch in Stuttgart seid. Du willst doch die Schwaben unterstützen. Was hat ihr Resultat? Wie viel? 2-0. 2-1. Bayern, 2-1. Okay, okay. Wir haben zwei Bayern. Okay. Ich sag wieder 2-2 und Elfmeter schießen. Jups. Macht das. 2-1 Stuttgart, sicher. Okay. Lennart, Leute, war jetzt auch zum ersten Mal mit der Nationalmannschaft. Ich konnte leider nicht dabei sein. Genauso wie Weezy. Yes, man like Weezy, Leute. Kennt ihr ja vom MTO-Cup. Hat böse auseinander da genommen, gemeinsam mit den Bayern-Jungs. Also, wir hoffen hier auf geile Skills. So, Mihernte mit meinem Bruder. Mein verlorengegangener Bruder. Was sagst du? My third prediction. Ich hoffe, wir gewinnen. 2-1. 2-1 wir kochen. So, Mihernte, komm. Einfach Firat mit meinem Barber. Er hat mich angerufen. Er meinte, ich brauche unbedingt einen Friseur. Aber ja, Kubanito macht das Unmögliche möglich. Einfach von Finelis da, bester Mann. Kind. Okay, wir hätten auf jeden Fall die Plätze hier. Wir haben ein bisschen eine andere Tribüne. Back to the Roots. Wo sind wir nochmal hier? Normandia Grün. Das ist übrigens der Jugendverein von Davy Selke. Davy, falls das Video irgendwo bei dir landet, ja, fühl dich gegrüßt. So, Leute, wenn ich völlig vergessen habe, ist Moritz Göttlicher, Leute. Auch sehr interessanter Spieler. Sechster, Achter. Hat gute, zieht gute Fäden im Mittelfeld, Leute. So, Leute, und da ist er, der Mann. Er wird heute extrem, extrem wichtig für den VfL Stuttgart. Er war ja bester Torwart beim M2-Cup, Leute. Und muss jetzt hier im Finale die Kiste sauber halten. Johannes Kechlin-Fares, Leute. Griechisch-Deutscher. Ja, auch ein Mann für die Zukunft hier im Tor. So, die Bayern gehen da die Abschüsse. Den hat mit einem schönen Schussversuch. Moritz Göttlicher. Boah, schönes Tor. Leute, er wird wichtig heute. Ich sag's euch. Da ist ein Mann, wie ich siehe. Okay, easy. Lennart Kral. Auch ein wichtiger Spieler bei den Bayern. So, mir geht's also. Da ist es das Finale, Leute. Bayern München gegen Bauern für Stuttgart, Leute. U15, Bundesliga-Finale. So nenn ich das Ganze. Ich weiß nicht, es fühlt sich heute schon weiß das. Aber ja, Leute, auf jeden Fall. Die Bayern. Natürlich mit Gweezi, Lennart, Moritz Göttlicher. Und ja, Richard. Ja. Auf jeden Fall schöne Grüße auch an die Stuttgarter. Auf ein fähiges Spiel hier. So, Leute. Beide Mannschaften kommen ja in ihren Gruppen jeweils gewinnen. Und ja, deshalb. Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel, Leute. Schiri guckt auf die Glocke. Jetzt nicht mehr Konferenz-League, sondern hier U15-Finale. Wer gespielt? Ah, Leute. Stimmt. Enis Recepi, der Bruder von Daphina Recepi, der auch natürlich mit der Nummer 7 am Start. Wie konnte ich ihn nur vergessen. Schöne, schöne Grüße. Hübsch gemacht. Der Brier hat auf jeden Fall Skills. Mit dem Ball, Robert. Jetzt Enis Recepi. Recepi, bị Trieper. Das ist die Wirklichkeit. Einst du. Einst du. Einst du. Einst du. Einst du. Einst du durch David Recepi. Einst du durch David Recepi, Leute. Haas, ich habe ihn ja angesprochen. Eben ist Recepi, der jüngere Bruder von Daphina Recepi, Leute. Die Familie ist auf jeden Fall on fire. Müsst ihr im Auge behalten, also stark gemacht und dann super Abschluss, top, also 1 zu 0, vor FB Schubert. Aber Richard kann nicht ganz gut, ähnliches mit Chepi, ähnliches, aber Richard, Richard dazwischen, Leute. Also Leute, es geht auf jeden Fall ab hier. Ein Torwart, der nicht nur natürlich in der Q-Backform statt ist, sondern wirklich was drauf hat, also merkt euch den Namen. War nicht umsonst bester Torwart beim M2 Cup. Leute, übrigens auf der anderen Seite, Matthias aka Matze nennen sie ihn im Tor. Ist auch eine Maschine, beim M2 Cup war auch ganz, ganz verrückte Saves rausgehauen. Ja, noch Herrmann hier für die Zukunft. Trimball. Willis. Ja, ich hätte es ihm so gegönnt, Leute. Ihnen ist es echt ein Guter, sehr Wunständiger. Schade, schade, schade. Willst du den? Machst du Weezy. Also, da haben wir mal kurz eine Klasse überlegen. Moritz, da sitzt da eine. Uuuuuh, den hab ich gesehen, Moritz. Oh, spielt rein! Moritz! Tagaktion von Moritz, glücklicher, Leute. Ich hab's gesagt, wichtiger Mann im Zentrum. Leute, übrigens, es wird zweimal 35 Minuten gespielt. Das heißt, jetzt noch sechs Minuten auf der Club. Oh, Moritz! Leider nicht angekommen. So was sehen die gerne, aber leider ist er nicht angekommen. Also, weiter geht's. Auf weitere Panas, weitere geile Tore. Oh, Möglichkeit! Oh! Oh, oh, oh! Oh, das ist 1-1! Das ist 1-1 durch die Nummer 9! Ja, 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 ja! Die Bayern sind wieder da! Leute, der war sehr, sehr schwer zu halben für Johannes. Und jetzt geht mir vor, das ist sehr, sehr schwer. Und halbwein. Ja, also, wieder 1-1 kurz vor der Halbzeit. Das war jetzt sehr wichtig für die Bayern. 31 Minuten. Also, wir sehen auf jeden Fall ein sehr, sehr offener Schlagabtausch. Einmal Stuttgart vorne, einmal München. So muss das sein. So, Schiri pfeift die erste Halbzeit ab. Leute, das war es in der ersten Halbzeit. 1-1. Geile Spiele sind. Ja, ich würde sagen, wir hoffen auf eine geile zweite Halbzeit. Mega geil! So, geben wir jetzt die zweite Halbzeit. Gucken wir mal, wer das Ding hier gewinnen wird. Ob die Bayern das Ding hier schaffen oder VfB Stuttgart. Waren wir. So, wir haben uns jetzt auch hier ein bisschen neu positioniert. Ist ein bisschen besser von der Seite. Könnt ihr mal für die Zukunft in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. So eher von weiter unten oder oben. Drüben war es halt extrem, extrem laut. So, Rich hat wieder einen Ball. Eine sehr, sehr starke erste Halbzeit gemacht. So, also die Bayern haben sich auf jeden Fall jetzt gefangen. Nach der wirklich verschlafenen ersten 15 Minuten. Jetzt sehr, sehr auffällig. Chris, auch ein Nationalmannschaftsspieler. Genauso wie Eiji und Lennart. Danke, danke. Mann, like Weezy, Leute. Netz da ein. Sorry, Leute, ich habe leider den Pass nicht so gut aufgenommen. Bin zum Glück da noch rausgeschwenkt. Also starke Direktabnahme, aber davon Weezy, Leute. Mal wieder. Mann, like Weezy, Netz da ein. 2-1. So, erster Wessel auf der Seite der Bayern. Guten Ball, Herr Hubert von Lennart. Kann es jetzt selber machen. Oh, aber ein Glanzteil von Johannes und der Nachschuss. Oh, nochmal ein Safe. Dies geht um Feier, Leute. Also, Johannes Käschl im Pfades. Ich sage es euch. Ich merke, dass es ein Nau. Langer Ball auf den Stürmer. Aber Matze. Werter. Also, meinst du, spielt auf jeden Fall auf sehr, sehr hohem Level. U15. Top, Top-Niveau. Platz für Lennart. Oh, aber wieder Johannes. Hat was dagegen, Leute. Wirklich. Nicht nur, weil er ein Zuschauer ist von mir, Leute. Er ist einfach super, super stark. Strahlt auch so eine Ruhe aus. Sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Die Stuka hat da jetzt aber die Möglichkeit. Haben wir das dann zu ungefährlich. Also, Leute, ihr seht es. Ein Hin und Her hier. Wieder gut verteidigt. Sehr, sehr gut verteidigt. Lennart könnte jetzt Wisi schicken. Boah, schickt den Stürmer. Abschlussmöglichkeit. Und der geht mir leider drunter. Schade, schade, schade. Drei zu eins. Also, Menti, jetzt wird es ganz, ganz schwer, ne? Wir haben noch, komm mal, über 61 Minuten. Das heißt, noch neun Minuten, vielleicht ein bisschen, ja, sagen wir, vielleicht noch zwei, drei Minuten Nachspielzeit. Das heißt, noch so elf Minuten auf der Club, elf, zwölf Minuten. Das wird schon sehr, sehr schwer, weil Bayern macht jetzt einfach gerade mehr. Ist aktiver. Gewinnt jetzt mehr Zweikämpfer. Wird ja noch schwer für die Stuttgarter. So, Leute. Ennis Recepi geht raus. Schade. Sehr, sehr geiler Kicker. Hat es auf dem Fuß. Es wird ihn ärgern. Ah ja, so ist Fußball. Manchmal trifft man, manchmal trifft man eben nicht. So Leute, noch fünf Minuten sind auf der Clock. Boah, schöner Energieanfang von Nummer sechster. Boah, du kommst rein! Ja. Der müsste halt dann einfach reingehen, Leute. 65. Spielminute. Heißt, noch fünf Minuten. So, und es gab nicht viele Unterbrüche. Wir sind aktuell in der 71. Spielminute. Das heißt, der Scheri wird gleich hier abpfeifen. Und der süddeutsche Meister, oder wie ich das nenne, U15 Bundesliga-Finale-Gewinner wird der Bayern München sein. Also, noch wieder Lennart, Weezy und seine Jungs hier. Top-top-Arbeit. Auch Rich hat wirklich ein sehr, sehr geiles Spiel gemacht. Und da ist er wieder bei Weezy. Oh, den Fall habe ich gesehen. Boah, leg zurück! Eieiei! Lennart! Boah! Boah, war sehr knapp. Und der Scheri kommt noch mal intensiver auf die Clock. Ich glaube, das wird jetzt dann echt gleich gewesen sein. Schön gemacht von Lennart. Leute, ist das der nächste Musialer? Was? Ein Ball auf Weezy! Aber Johannes kommt da raus. So, und der Scheri pfeift ab. Also, der Gewinner hier ist ganz klar unverdient Bayern München. Das heißt, die Meisterschale hier entgeht nach München zu Weezy, Lennart und den Jungs. Da lassen sie sich feiern. Ja, Leute, ich habe jetzt auf Erfolge gemacht. Ja! Ein Foto bei Aton vor mir. Wir haben hier die deutsche Meisterschale, meine Damen und Herren. Krass, die Bayern-Jungs, die haben sogar Bayern-Meisterschirts vorbereitet. Das wäre jetzt eigentlich passiert, hätten die verloren. Das wäre ja richtig top gewesen. Das ist heute Stuttgarter. Da, zweiter. Ja, Johannes hat sein Bestes gegeben. Unglücklich da beim letzten. Aber er hat echt sehr, sehr geile Saves gemacht. So, meine Hände. Da sind sie ja so. Die Gewinner der Süddeutschen Meisterschaft Bayern München, Leute. Also, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ich glaube, da werden wir viele in Zukunft noch weit oben spielen sehen. Klar, es ist noch ein sehr, sehr langer Weg. Aber ja, viel, viel Talente in der Mannschaft. Also, da haben wir den deutschen Meister, den Süddeutschen Meister. Wollte ich das nennen. Und 15 Bundesliga-Finale-Gewinner hier. Bayern München. Wies. All the best. Jepi. Sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Leider sehr, sehr unglücklich. Auf jeden Fall Maske, Bruder. Ciao, ciao. Wir essen gerade noch. Wieviel steht VfB? 1 auf dem Mainz. Ei, 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 ei. Okay, Leute. Es war mal wieder nichts mit gesundem Essen. Denn ich habe mir gleich einen Döner-Teller bestellt. Da ist schon die Jungs im Flucht. Nein, so. Ich habe gesagt, wir lassen Döner essen. Okay, wir sehen, ob es ganz schön essenbar ist. Booo, Leute, guck doch mal diesen Teller an, Digga. Du kriegst dein Herz damit gut. Ganz Tage haben wir nichts gegessen, außer einem, was war's? Butter, Butterbrezeln. Ja, da war's man wieder mit gesund ernähren. Ich habe ein J-Wagon-Muster. So, wir sind jetzt gerade spontan hier noch um 19 zu schauen. Laurin und Max spielen. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, aber Sanfer hat sehr, sehr große Talente bei VHP Stuttgart. Max ist da mit der Käptenbinde, er geht aber bald weg zu Bayern und Laurin ist da, Nummer 10. Tschüss, Laurin! Uuuuhh! Okay. Uuuuhh! Ich hab komplett gehöpst. Oh, Max! Max! Mein Mann! Mein Mann! Mal gleich Max Wager. Laurin? Uuuuhh! Uuuuhh! Mein Ups! Ups! Aber geiler Pass von der Riemann. 4-1 jetzt! 4-1 jetzt! Okay, okay. Das heißt, wo sind sie jetzt Tabelle? Auf jeden Fall? 1-1 über Schalke. Der Schalke. Von Schalke. Außer Spes nichts gewesen. Spiel endet 3-2. Schade, schade. Egal, wir haben einen Tor für Max. Lange nicht mehr gesehen daher. Tivi! Nicht mehr Hallo sagen! Schon vergessen! Kuba reicht nicht mehr! Nicht mehr, nicht mehr! Up this way! Dein Herz! Vielen, vielen Dank! Leute! Bester Mann! Auf jeden Fall! Ich verlinke deinen Insta an ihm. Danke, Bruder! Danke, Bruder! Auch hier! Danke fürs rumführen! Auf jeden Fall! Danke fürs fahren! Sehr süß! Danke! So! Wenn ihr hier in TV uns schwer erkennen könnt, bin ich wieder zu Hause angekommen. Leute! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da! Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr das Ganze feiert und wo ich als nächstes hingehen soll! Ja! Ja! Ansonsten noch viele coole Projekte! Champions-League-Finale! Es gibt noch übrigens so ein Schülerturnier hier in der Schweiz, wo ihr euch anmelden könnt! Das verlinke ich euch einfach mal unten in der Beschreibung! Ja! Zwischen 5 und 16 Jahre alt könnt ihr sein! Checkt das auf jeden Fall aus! Und ja! Sonst würde ich sagen, checkt Finale ab! Weil Finale ist der Drip! Ja! Man munkelt auch! Damit kriegt ihr einfacher die ein oder andere gut aussehende Dame! Also Leute! Und für alle Damen! Man sagt, man kriegt den ein oder anderen gut aussehenden Boy! Mit den Charts! Also es ist ja für beide! Auf jeden Fall Leute! Checkt das ab! Unverlinkt! Und ich würde sagen, folgt mir auf Instagram! Weil ihr Macher und Macherinnen seid! Und ja! Ich liebe euch alle! Kuss! Peace!